Das war mal eins der beliebtesten Hotels in ganz Japan, bis 2005 der Besitzer spurlos verschwand. Somit verließen die Gäste und Hotelangestellte ebenso das Hotel. Abgesehen von einer Person. Man sagt, dass seit 18 Jahren immer noch jemand im Hotel lebt. Direkt gegenüber steht ein aktives Hotel. Gäste, die in dem Hotel verbleiben und nachts aus dem Fenster schauen, berichten, dass sie gelegentlich flackerndes Licht im Erdgeschoss sehen. Kurz darauf sehen sie, wie eine Frau am Fenster steht. Sie trägt ein weißes Kimono und hat keinen Kopf. Abenteurer, die das verlassen Hotel erkundet haben, erzählten, dass sie dort komische Dinge erlebten. Türen, die zuknallen, Schritte oder flüstern. Aufgrund dessen stieg die Popularität des Hotels immens. Weshalb vor zwei Jahren sich die japanische Polizei entschied, das gesamte Gebäude zu verbarrikadieren. Bis heute wird die Frau gesehen und soll das Hotel eines der verfluchtesten Orte in Japan sein. Und ich glaube nicht an Gäste. Deswegen werde ich in dieses Hotel eindringen, herausfinden, ob es dort wirklich spukt und wer diese Frau ist, die dort lebt. Aus Foren weiß man, dass die Frau fast immer im Erdgeschoss gesehen wurde. Das Problem ist, dass man nicht weiß, in welchem Raum genau. Deswegen recherchierte ich und stieß auf Mitch. Mitch hat einen YouTube-Kanal und erkundet als Hobby verlassene Orte. Er hat nie an Geister geglaubt und erklärt jedes Geistergeschehenes mit Logik und Wissenschaft. Bis er vor zwei Jahren in das Hotel ging. Seitdem glaubte er zu 100% an Geister und erlebte das. Und vor einem bestimmten Hotelzimmer, welches sich im Erdgeschoss befand, erlebte er das. Ich glaubte aber immer noch nicht, dass es dort spukt. Deswegen war Mitch bereit, neuneinhalb Stunden anzureisen, um es mir zu zeigen. Also ging ich zum Ort, wo ich mich mit Mitch verabredet habe. Geisterjäger, nein? Das ist Mitch. Er hat einen festen Job, eine Frau und Kinder, und erkundet gerne verlassene Orte. Hat nie an Geister geglaubt, aber jetzt schon. Das ist Benny. Ich habe eigentlich keine Ahnung, wer das ist. Er wurde einfach mitgebracht. Sieht aber aus wie ein lustiger Kerl und trinkt Bier um 14 Uhr. Anscheinend ist er Mitch Partner und sie erkunden die verlassenen Orte immer zu zweit. Er war auch dabei, dass Mitch die Geisterereignisse im Hotel erlebte. Was ist das? Ich öffne das und das Kabelbein drüber und dann schaue ich mich. Wirklich? Ja. Die bringen uns jetzt zum verlassenen Hotel, weil die kennen sich sehr gut aus mit verlassenen Orten. You're ready drinking the beer for the ghost. Prost. Prost. Wir besorgten uns ein Auto und machten uns auf den Weg nach Kinogawa, wo sich das Hotel befindet. Im Auto erzählten sie mir von den merkwürdigen Ereignissen, die sie im Hotel sahen. Da war ein bisschen freaky was passiert, wie die Tür schlägt, wie die Tür schlägt. Interessant. Ich finde die Tür schwer zu glauben, also ich will sehen, wie die Tür schlägt. Ja, ich bin die gleiche. Ich bin ein Skeptiker. Du bist ein Skeptiker? Ja. Ich versuche, es zuerst zu stellen, wenn eine Tür schlägt, wenn eine Tür schlägt und eine Tür schlägt, dann ist das nicht ein Geist. Die beiden gehen so objektiv an die Sachen heran, dass es wirklich schwer ist, ihnen nicht zu glauben. Sie sind keine verrückten Geisterjäger, die popularisieren möchten. Es sind ganz normale Familienväter, die gerne verlassene Orte erkunden und an einem was komisches gesehen haben. Das ist aber nicht das einzige, was ihnen widerfahren ist. Und als sie sich die Aufnahmen zu Hause ansahen, hörten sie, wie jemand in Flip-Flops hinter Benny herlief und japanische Wörter flüsterte. Und dann habe ich auch eine Sprache bekommen, die ich nicht ausprobieren konnte. In Japan. Um ehrlich zu sein, glaube ich den beiden nicht. Aber sie würden doch nicht 10 Stunden hierher reisen, wenn da nichts hinter steckt. Die Geräusche könnten möglicherweise was anderes gewesen sein. Aber eine Tür, die sich direkt vor Benny öffnete und wieder zuging, kann ich mir nicht erklären. Glücklicherweise können die beiden sich noch erinnern, wo dieser Raum war. Und dann werde ich erfahren, ob da wirklich was dran ist oder ob sie mich nur anlügen. Um alle Geister-Ereignisse festzuhalten, gingen wir Gadgets kaufen. Habe eine Polaroid-Kamera gekauft, um den Raum zu fotografieren. Vielleicht sieht man ja was auf den Bildern. Und dann, wenn wir irgendwie so detecten, machen wir ein Bild vom Geist. Es wird eh keine Geister geben, aber trotzdem einfach für ein Gimmick. Okay, wir haben jetzt ein bisschen Geister-Stuff geholt. Eine Kamera, um sie zu fotografieren. Dann auch Kopflichter. Werde ich eh wahrscheinlich nach dem Video in den Müll werfen, weil es keine Geister geben wird. Aber naja. Benny hat nur das Nötigste gekauft. Beeren-Better. 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 Nah, bevor wir weiter fuhren, noch eine Zigarettenpause. Und setzten unsere Reise nach Kinogawa fort. Währenddessen begann sie mir eine Story über einen Geist namens Mike zu erzählen. Eine Spiritbox ist ein Gerät, mit welchem man mit Geistern kommunizieren kann. Es gibt eine App, die die Portal nennt. Es ist nicht wie eine normale Spiritbox. Die Portal hat eine Reihe von gewöhnlichen Geräusern, die in einer Echoform auskommen kommen. Und wenn du es richtig bekommst, wird es mit klaren und konkurren Sprachen kommen. Es ist eher eine Reihe von individuellen Wörtern, die in eine Sprache zusammengelegt wurden. Die Portal App funktioniert so. Sie besitzt über eine riesige Sammlung an Wörter. Der Geist kann dann über elektrische Magnetfelder bestimmte Wörter auswählen und damit einen Satz bilden. Sie erzählten mir, dass sie in einem verlassenen Krankenhaus waren, in dem verletzte Soldaten aus dem Vietnamkrieg hingebracht wurden. Und wir sahen da oben und sahen mit der Spiritbox. Und wir sprachen zu diesem Mann, der Name war Mike. Und er sprach über Vietnam und verletzten und all diese crazy Sachen. Sie ging also zu diesem Vietnamkrankenhaus und die Geisterbox beziehungsweise der Geist Mike erzählte ihnen tatsächlich Dinge über den Vietnamkrieg. Und es macht einfach Sinn. Und es macht einfach Sinn. Die Antworten, die es gab, macht einfach Sinn, was du fragst. Also es war nicht nur random Sachen. Es war nicht nur, wenn du da bist. Entweder hatten die beiden die größte Geisterbegegnung überhaupt. Oder... Das Ding ist eigentlich, frag ich mich, warum die lügen würden. Die haben ja gesagt, eine Tür ist aufgegangen und die haben die Geräusche gehört. Aber ich kann mir das beim besten Würden nicht vorstellen. Aber dann frage ich mich gleichzeitig, was bringt es denen darüber zu lügen, ne? Ich meine, das sind zwei erwachsene Männer, die haben sich doch wohl nicht beide die ganzen Geisterereignisse eingebildet. Und außerdem sind die beiden ja nicht die einzigen, die sagen, dass es dort spukt. Also fuhren wir weiter in die Nacht hinein. Und dann drehte Benni durch. Entweder er wurde besessen, oder... Ich glaube, das lag am Alkohol. Du kennst die Lyrics? Ja, irgendwie. Ja, das ist wirklich fein. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Letztendlich kamen wir bei unserer Unterkunft an, welche sich in direkter Nähe zum Hotel befand. Das ist Kinugawa, die Geisterstadt. Wir mussten unsere Temperatur mit diesem Ding messen und Mitch checkte für uns ein. Ging hinein und Benni stellte erstmal seine drei leeren Bierdosen auf. Im Hotel machte ich schon die erste Geistererfahrung, der Wasserhahn lief. Die erste Geisterstadt und Land. Haben uns dann über Fake-Geistervideos lustig gemacht. Und fuhren zum Hotel, um es auszuchecken. Das ist das Hotel, welches direkt gegenüberliegt. Wenn man von dort aus aus dem Fenster zum verlassenen Hotel schaut, sieht man gelegentlich eine Frau. Sie wurde immer im Erdgeschoss gesehen. Und hier habe es laut Mitch gespukt. Dort werden wir hineingehen. Da hat man eine Sieg auf dem Fenster. Wenn man sich das knackt findet, schaut mal, ist sie zwischen dem. Das ist der zweite. Oh, sie haben ihn befrieren. Schau, das war es dort. Oh, die Entrücken haben alle blotgete. So sind Mitch und Benni hineingegangen. Da in den letzten Monaten aber immer mehr Leute verhaftet wurden, die versuchen ins Gebäude einzudringen, entschloss sich die Polizei, das Hotel komplett zu barrikadieren. Seitdem konnte niemand mehr den Ort erkunden und die Frau wurde in Ruhe gelassen. Und wenn das abgeriegelte Gebäude nicht schon genug wäre, gibt es noch zusätzliche Sicherheitsverkehrungen. Die Polizei fährt ab und zu am Gebäude vorbei, um zu überprüfen, ob niemand versucht einzudringen. Die Hotelangestellten von gegenüber wurden angewiesen, die Polizei zu rufen, sobald sie etwas Verdächtiges sehen. Und die Einwohner dieser Kleinstadt haben ähnliche Anweisungen bekommen. Laufen oder fahren sie im Hotel vorbei und sehen verdächtiges Verhalten, rufen sie die Polizei. Das wird keine leichte Aufgabe. Deswegen brauchen wir einen neuen Weg hinein. Direkt neben dem Hotel fließt ein Fluss. Vielleicht ist es möglich, an ihm entlang zu gehen und auf diese Weise zum Hotel zu gelangen. Also ging Benni hin, um sich den Fluss genauer anzusehen. Es ist aber vom Fluss aus zum Hotel viel zu steil. Also suchten wir nach einem anderen Weg und fanden einen. Wir wollten versuchen, durch ein zugewachsenes Gebüsch zum Hotel zu kommen. Das Problem war, dass wir gar nichts sehen konnten. Wir konnten unsere Taschenlampen nicht einschalten, weil uns das Hotel gegenüber sehen würde. Das Ding ist, wir dürfen keine Lichter machen, weil sonst die Polizei gerufen wird von dem Hotel. Guck am besten nach vorne, Bro. Wir versuchten so weit wie möglich zu gehen, aber an einem Punkt konnten wir einfach nicht mehr weiter. Viel zu gefährlich mit dem riesigen Abgrund und der Tatsache, dass wir nichts sehen. Dementsprechend suchten wir weiter und fanden eine abgesperrte Feuertreppe. Wir könnten über die Absperrung klettern, zu Feuertreppe und hoffen, dass einer der vielen Fluchttüren geöffnet ist. Das Problem dabei ist, dass wir mitten auf der Straße halten müssen und gesehen werden können. Dann gab es die Lösung, das Auto weiter wegzuparken und zu Fuß zur Feuertreppe zu gehen. Wir sehen uns auf der Straße. Wir sehen uns auf der Straße. Es gibt wirklich keine Sidewalken, ist es? Wir haben vier Gartiers walkingen hier, das ist so süssisch. Wir sehen uns am besten wäre, dass wir uns auf der Straße gehen würden. Wir sehen uns am besten wäre, dass wir uns auf der Straße gehen würden. Wir sehen uns auf der Straße gehen würden. Der Plan ist folgender, Mitch hat den Wagen, mein Kumpel und ich springen raus, das darf nicht länger als 20 Sekunden dauern, Mitch und Benni fahren weiter, parken das Auto und kommen nach. Sind einkaufen gegangen, Benni hat natürlich nur das Wichtigste geholt. Also fuhren wir wieder ins Motel um noch ein paar Stunden zu schlafen, bevor wir endgültig aufbrechen. Als wir ankamen liefen immer noch die Geistervideos, das war gruselig. 21.30 Uhr und die beiden, Benni hatte schon 6 Dosen Bier getrunken. Und dann wurde ich nervös. Es kann sein, dass die Polizei alle 5 Fluchttüren von außen abgeriegelt hat. Wenn das der Fall ist und wir nicht reinkommen, war es das mit dem Hotel. Wenn keine Tür offen ist, ist unsere einzige Alternative zu einem anderen verlassenen Ort zu fahren. Western Village. Das wäre aber echt nicht ideal. Einer der Fluchttüren muss offen sein. Da um eine spätere Uhrzeit die meisten Leute schlafen, haben wir uns entschieden, den Plan um 3.30 Uhr umzusetzen. Geringste Chance, dass wir gesehen werden. Also habe ich den Wecker gestellt, Benni trank sein letztes Bier und wir gingen schlafen. Ich wurde um 3.19 Uhr wach und weckte die anderen. Mitch machte sich einen Kaffee und Benni trank sein Bier. Wir gingen los und die Mission wurde eingeleitet. Ich bin sehr gespannt, ob da irgendetwas sein wird. Ich bin sehr gespannt, ob da irgendetwas sein wird. Wir sind in der Nacht. Ja. Wir haben keine Grund, um raus zu sein. Wir machen nur das Beste, um normal zu sein. Wir sind nur unter den Kaffee. Ja, unter den Kaffee. Ich werde den Kaffee checken, um zu sehen, ob sie raus sind oder auf dem Kaffee. Ja, okay. Es sieht so aus. Beide Polizeiwagen standen dort. Das heißt, niemand ist gerade am Patrouillieren. Gutes Zeichen für uns. Bevor wir ankamen, hielt Benni noch an einem Nachtkiosk. Um 4 Uhr morgens ist das relativ auffällig, aber es scheint wohl was Wichtiges zu sein. Hallo. Hallo. Hast du deine Sachen? Ich habe die Sachen. 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 Ich habe alle guten Sachen. Ich habe alle guten Sachen. Er hat nur vier Bierdosen gekauft. Okay, du kannst etwas langsamer fahren. Ja. Okay. Lass uns schnell gehen. Okay, wir müssen jetzt super vorsichtig sein, weil wir dürfen kein Licht anmachen. Und die Treppen sind vielleicht nicht safe genug. Wir müssen sehr, sehr, sehr vorsichtig sein. Shush, Alter. Ich bin jetzt nervös. Irgendwann wird die Polizei kommen oder so ein Schild. Ich hoffe, man kann halt genug sehen. Halb fünf. Warte, runter. Shush, Alter. Ich bin so nervös. Lass mal schon mal eine runterlaufen. Oh, ich habe so Angst, dass diese Treppen einkrachen. Da unten ist schon eine Tür. Sollen wir mal die Tür gucken? Lass mal die Tür checken. Da ist eine Schnur. Was? Da siehst du diese Schnur? Oh, what the fuck? He is saving the camera. An der Klinke war eine dünne Schnur befestigt. Ich dachte, dass diese mit einer Alarmanlage verbunden ist. Betätigt man die Klinke, wird der Alarm ausgelöst. Aber wir sollten diese Tür nicht aufmachen. Weil da eine Schnur ist. Junge, das ist so creepy. Das ist einfach eine Schnur. Heißt das, das wird dann alarmiert? Ja, das ist eine Falle, glaube ich. Ich glaube, die Polizei hat das gemacht. Dementsprechend entschieden wir uns, die Tür nicht zu öffnen und auf Benni und Mitch zu warten. Da oben, sie kommen runter. Hallo! Wir haben es geschafft. Da ist eine Tür. Da ist eine Tür. Aber da ist eine Klinke drauf. Nein, wir haben es nicht versucht. Wir waren Angst, dass die Alarm ausgehen würde. Schau, da ist eine Klinke drauf. Eine Klinke auf dem Handel. Wir betraten das Hotel. Vergesst nicht den Kanal zu abonnieren, falls es euch bisher gefällt. Wir kamen an in einem Flur mit ganz vielen Hotelzimmern. Wir sind gerade hier und der Raum, wo die Jungs vor einem Jahr waren, ist irgendwo hier. Das Hotel ist wie ein Labyrinth, vor allem im Dunkeln. Deswegen ist Orientierung sehr wichtig. Am besten eignet sich als Basis das Dach. Was ist auf der Seite? Roh, das ist toll. Oh, was ist es gelungen? In 20 Jahren ist es gelungen in der Würde. Was ist das für ein Mal? Was ist das für ein Mal? Ja, was ist das für ein Mal? Hier, die Lichtern oben? Okay. Das ist das für ein Mal? Da sind weiter, wo sind es dran zu sein? Und da kann man das. Wir sind im Erdgeschoss gelandet, um genau zu sein in der Lobby vom Hotel. Direkt neben uns ist die Hauptstraße. Was ist das da? Keine Ahnung was das ist. Ich war ein Hund, ein guter Hund. Ich bin nicht da. Geh, 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 geh. Ich denke, sie konnten uns nicht sehen. Es ist ziemlich leicht zu sagen, wenn sie besser schauen. Was ist das? Es ist ein Pferd. Was ist das? Oh, fuck. Warum ist es in der Mitte in diesem Raum ein Ding? Was ist das? Wird gehen? Wird gehen? Wird gehen? Was ist da? Das ist Glas. Oh ja. Um genau zu sein ist das Hotel nicht ein großes Hotel, sondern drei kleinere nebeneinander. Im ersten Hotel sind wir gerade und im Erdgeschoss vom zweiten Hotel sahen die Jungs die Tür, die aufknallte. Dort muss die Geisterfrau sein. Da soll anscheinend das Gebäude sein oder das Zimmer, wo sie ihren Geist gesehen haben. Ob es auch das Zimmer von der kopflosen Frau ist? So the hotel over there, one of the oldest in the area, built about 150 years ago, actually maybe more, 160. So the story goes from online Japanese blogs. There was a man staying in one of those rooms and just like you sort of see now, he got rooms that are sort of blacked out. And he said his wife was sleeping and he was just sitting by the window, having a cigarette, having a drink, just admiring the view of this cluster of hotels. And as he was looking over, he saw a light come on in one of these windows. And he said he thought they might have been doing like a photography session or something like that. And as he sat there drinking his whiskey, he keeps looking and he said, he thought he saw the figure of a, like a woman wearing a kimono, but without a head. He said he hopped into bed and sort of shut the curtains and he goes, that was a bit weird. Sort of freaked out, not able to sleep. About 10 minutes later, he said he heard a massive phone on his window. And he opened the curtain and apparently there was the headless woman wearing a kimono, stuck to his window like a lizard. He just fucking shut the curtain, went back to sleep somehow. And then the next morning, apparently there was fingerprints on the window where this woman was. Okay, now let's see what we can find in this room. Da ist das Gebäude mit dem Geist. Ich flettere gerade durch ein Fenster. Ich bin gespannt. Das ist ein Locker-Rum. Minus vier. Oh, das sieht so gut. Es hat noch alles drin. Es sind immer noch Dinge drin. Und dann ist alles komplett verrostet. Was ist das die Raum, wo die Tür geöffnet wurde? Nein, das ist die Raum. Es ist das hier oder das hier. Ich glaube, es war das hier. Es ist tatsächlich genau der Raum aus ihrem Video von vor zwei Jahren. Dann schauen wir mal, ob wir etwas finden werden. Aber das ist definitiv die Raum, weil es die Tür war, die Tür war. Das Tür? Ja. Mit der Pressure der Tür, wenn man eine Tür öffnen kann, manchmal wird die Tür öffnen. Das ist nicht so freaky. Ja. Aber wenn ich in die Tür kam, dann kam es einfach BANG! Und dann kam es die Tür öffnen. War es das Tür? Ja. Ja. Wollen wir ein bisschen testen machen? Ja, wir können ein bisschen testen. Das EMF sagt nichts. Oder funktioniert es nicht, weil es in der Tür funktioniert. Es sagt einfach nichts, wie Zero. Hä? Warum funktioniert das gerade nicht? Das ist total komisch. Ein EMF-Gerät reagiert auf elektromagnetische Felder, beziehungsweise Strom oder geladene Gegenstände. Es wird gesagt, dass Geister diese eben so ausstoßen. Was komisch ist aber, dass das Gerät gar nichts anzeigt. Das ist gerade sehr komisch, dass das nicht geht, bin ich ehrlich. Weil es hat immer funktioniert. Es ist Null. Es war nie auf Null. Never. Dabei ist hier ein großes Akku. Sollte eigentlich eher gehen. Im Hotel hat es immer funktioniert. Und jetzt? Gar nicht. Ob das jetzt mit den Geistern zusammenhängt? Ich denke nicht. Komisch ist es aber trotzdem. Als nächstes versuchen wir die Geisterbox. Ist da jemanden in hier, die kann Englisch sprechen, außer uns? Just du? Just du? Just du, ich denke. Ist Mike hier mit uns? Mike hier? Did I say that? Mike, are you here? Yes. 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 Das ist definitiv das, nicht wahr? Ja. Ist das so gut? Sounds like Mike. Are you following us? Yes. Yes for me. Just for a bit? For something? You said yes for a bit? Yes for a bit. Usually the whispered ones, they are the ones that... All the rest is just sorta like noise. Shhh. Shhh. Yeah. He said shhh. Yeah, he said he shushed us. It probably means that someone watching us or something. Einige Male gab die Geisterbox tatsächlich konkrete Antworten. Würde es aber definitiv nicht als Beweis sehen, da es auch einfach ein Zufall sein kann. Als nächstes ist die Infrarot-Kamera dran. Mit dieser sucht man nach kalten Stellen, welche Geister sein könnten. Es war aber nichts Auffälliges zu sehen. Nee, hier ist nichts. Zu schade. Als letztes noch das Bild. Can you turn off the lights? I wanna try to take a picture. Es wird oft gesagt, dass man Geister nur auf Fotos erkennen kann. Mike, I'm gonna take a picture. You can stand in front of it. I'm right here. You can stand in front of me. And one, two, three. Okay. Die Geisterfrau ist definitiv nicht hier. Aber wenn sie hier nicht ist, wo ist sie dann? Was wir schon wussten, ist, dass sie vom gesamten Hotelkomplex irgendwo im Erdgeschoss sein soll. Dort wurde sie oft gesichtet. Das zweite Hotel haben wir somit schon abgehakt. Es gibt dann noch einmal die Lobby vom ersten Hotel, da wo die andere Tür zuknallte und Benny das Flüstern hörte. Und dann kam ich auch eine Sprache, die ich nicht ausprobieren konnte. Etwas in Japan. Wir sind durch diese Lobby aber schon gelaufen und es war dort nicht besonders gruselig. Warum ist mitten in diesem Raum ein Reh? Außerdem weiß ich nicht, ob ich den Jungs noch glauben kann. Was ist, wenn das auch nur ausgedacht ist? Und es gibt die Lobby vom dritten Hotel. Da waren wir noch gar nicht. Da die Sonne bald aufgeht, haben wir nicht genug Zeit, um beide Lobbys auszuchecken. Ich muss mich entscheiden. Vertraue ich ihnen ein zweites Mal? Das ist der Stahl, wo wir nach dem Raum, der den großen Bang hatte. Oder gehen wir ins dritte Hotel. Ich entschied mich für Letzteres. Dann gehen wir runter und gucken, ob hier die angeblichen Geister sind. Alles Quatsch. Es fühlt einfach schon hell draußen, wir haben nichts erlebt. So ein Scheiß. Wen wollen die verarschen, die beiden? Wir sind hier mit irgendwelchen Leuten, die die ganze Zeit Bier saufen und glauben denen, dass die Geister gesehen haben. Das Bild ist nichts. Es ist nur schwarzer. Hier ist einfach gar nichts. Keine Geister hier. Alles eine Lüge. Wir kamen im dritten Hotel an, aber da war auch nichts Ungewöhnliches. Bis ich ein Geräusch hörte. In dem Moment dachte ich mir nichts dabei. In dem Moment dachte ich mir nichts dabei. Als wir da standen, vorste ich über den Sound und es stellte sich heraus, dass es die Laute von einem Reh sind. In dieser Gegend haben noch nie Rehe gelebt. Das Geräusch muss von drinnen kommen. Das Reh? In der Lobby im Erdgeschoss vom ersten Hotel. Genau in dem Raum, welchen die Jungs meinten. Die Jungs haben doch nicht gelogen? Wir liefen direkt zurück. Ich habe etwas weiter über die Gegend recherchiert und stieß auf was erstaunlich Interessantes. Es wird gesagt, dass der Ort Kinokawa so verflucht ist wegen den vielen Yokai, die hier leben. Yokai sind Figuren aus dem japanischen Volksglauben und mit Dämonen vergleichbar. Einige besitzen teils tierische und teils menschliche Züge, zum Beispiel Kappa und Tengu. Yokai besitzen übernatürliche Kräfte, sodass Begegnungen mit ihnen gefährlich sind. Das dritte Hotel vom Komplex heißt sogar Kappa Hotel, welches ein Yokai ist. Es heißt, dass er Menschen, die ertrinken, herunterzieht. Im dritten Hotel standen überall Figuren von einem Yokai. Das ist Kappa. Das ist im japanischen Folkblower. Folkblower. Das ist ein Yokai. Und jetzt kommt das Verrückteste. In Japan wird von einigen Tieren angenommen, dass diese magische Kräfte besäßen. Viele Tiere sind Gestaltwandler, die Menschen, meistens Frauen, imitieren. Wenn das alles stimmt, dann ist es das Reh. Das Reh ist die Geisterfrau? Ich glaube immer noch nicht daran, dass wir dort einen Geist finden werden, aber das mit dem Yokai, welche wie Tiere aussehen und sich in Frauen verwandeln, und das Reh, welches mitten im Raum steht, wo die Frau gesehen wurde, ist schon interessant. Letztendlich kamen wir bei dem Reh an. Da es aber schon sehr spät war, mussten wir das Hotel ohne viel Zeit zu verlieren wieder verlassen. Sonst werden wir von Passanten, die auf dem Weg zur Arbeit sind, gesehen. Wir kommen morgen wieder, und dann bringen wir es zu Ende. Der Plan ist simpel. Mein Kumpel und ich gehen alleine ins Hotel, laufen direkt zum Raum, wo das Reh ist. Dieser ist nicht weit vom Eingang entfernt, achten auf merkwürdige Aktivitäten, zum Beispiel schließende Türen oder Flüstern, benutzen die Geistergeräte und hauen wieder ab. Wenn es wirklich in dem Hotel spukt, dann werden wir es heute Nacht erfahren. Ja, das erleben wir auch jetzt gleich. Um mit den Jungs in Kontakt zu bleiben, installierten wir Walkie-Talkie-Apps. Hoffen wir mal, dass wir heute Geister finden. Wie sind die Hände? Ja. Oh mein Gott, sag's euch. Oh, George. Los geht's. Heute zweiter Versuch, wir gehen jetzt mal zu zweit rein, weil die zwei meinten, Die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass Geister irgendwelche Aktivitäten von sich abgeben, wenn man nicht mit so vielen ist. Die bringen uns jetzt hin. Wir steigen aus, rennen rein, wir fahren weiter. All right, you ready? You're ready. Let's go, Mike. Good night, my friend. Thank you so much. Good luck. Come on. Okay, let's go. Da ist die Tür. Sollen wir wieder rein? Ja, ja. Jetzt sind wir nur zu zweit, ne? Junge, das ist viel... Das ist viel schlimmer. Okay, let's go. Eigentlich habe ich jetzt viel mehr Angst zu haben. Ich habe viel mehr Schiss, ich auch. Wir sind wieder da. Als ich das Gebäude betrat, fühlte ich mich wesentlich unwohler als die Nacht davor. Ich meine, gestern waren wir noch mit Benni und Mitch und heute sind wir auf uns allein gestellt in diesem riesigen Komplex. Die Lobby mit dem Yokai ist nicht weit von hier. Wir müssen nur den Gang entlang, zwei Etagen hoch und dann nach rechts gehen. Jetzt ist ein echter Pflicht hier ab. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, man sieht die Lichter hier. Und da, in der Ferne, stand es. Das Reh. War nicht so nah, ne? Gleich bewegt er sich. Ey, das ist ein echter. Ist der echt? Das ist ein echter gewesen. Gucken, ob es Gäste gibt. Okay, also wir haben Licht. Ich meine, wir haben Temperatur. Minus eins. EMF. EMF ist auch nichts. Okay, nochmal Wärmekamera. Nee, hier ist auch nichts. Okay, dann lass mal jetzt das letzte machen und mit denen reden. Jetzt wird's creepy. Hier, mach du, Digga. Okay. Ist jemand in dieser Raum, neben mir und meinem Freund Ilyas? Das ist dich. Das ist dich? Ja, nee, die App ist Bullshit, Alter. Nein, diese App ist wirklich dumm. Da wird einfach immer was überholt. Man kann nicht mit Geister kommunizieren. Wir können's ja mal ohne machen. Ich mach Japanisch jetzt. Ich mach Japanisch. Ich übersetze jetzt. If there is someone in this room, please give us a sign. Noch einmal, noch einmal. Hast du das gehört? Hast du das doch gehört? Warst du das nicht? Nein. Nein. Ein letztes Mal. Nee. Nix. Dann haben wir's geschafft. Dreimal. Insgesamt kam dreimal derselbe Sound. Ein dumpfes Klopfgeräusch. Einmal, nachdem ich auf Japanisch fragte, ob hier jemand ist. Da haben wir's nicht gehört. Dann, während ich zum zweiten Mal fragte, ob hier jemand ist. Hast du das gehört? Hast du das doch gehört? Und ein drittes Mal, als wir gehen wollten. Dann haben wir's geschafft. Als hätte etwas wirklich versucht, mit uns zu kommunizieren. Normalerweise würde ich sagen, das ist nur irgendein Geräusch vom alten Hotel. Aber jetzt passt auf. Dieses Klopfgeräusch kam kein einziges Mal vor, als ich vorher im Raum die Geräte ausprobierte. Nicht einmal in den gesamten zehn Minuten. Aber als ich auf Japanisch fragte, ob hier jemand im Raum ist, kam es. Jetzt könnte man sagen, dass es nur Zufall war und dieses Klopfen generell öfter im Hotel vorkam. In der ersten Nacht waren wir acht Stunden im Hotel und in der zweiten Nacht vier Stunden. Ich habe mir die gesamte Footage nochmal angeschaut, zwölf Stunden insgesamt. Und dieses Klopfgeräusch kommt kein weiteres Mal vor. Ich glaube aber immer noch nicht, dass es hier im Hotel spukt. Für mich ist das einfach kein ausschlaggebender Beweis. Aber wenn da kein Geist war, was ist dann mit den paranormalen Ereignissen, die Benni und Mitch erlebten? Schritte, Flüstern und zwei Türen, die zuknallten. Nix davon kam in den zwei Nächten auch nur ansatzweise vor. Nix! Und was ist mit dieser Portal App, von der sie behaupten, dass sie definitiv funktioniert, weil sie damit mit einem Geist gesprochen haben? Die App hat nicht im geringsten funktioniert. Ich habe mal nachgeschaut und sie hat eine 2,7 Sterne Bewertung. Es wiederholt ständig nur dieselben Phrasen. Das ist dich. Das ist dich. Damit kann man nicht mit einem Geist über den Vietnamkrieg gesprochen haben. Und er sprach über Vietnam und sich verabschiedet und all diese verrückte Sachen. Haben die Jungs mich wirklich die ganze Zeit verarscht? Und das ist schon ein Watt. Ich habe eine Nacht in der Opfer-Page. Es hat gesagt, dass du uns ein Handy durchbauen kannst. Ich habe ein Handy durchbauen können. Die Antwort darauf werden wir gleich erfahren, wenn wir im Hotel zurückkehren. Dann bleibt aber immer noch die Frage, wie es sein kann, dass Leute von gegenüber eine Frau im Hotel sehen. Auch wenn das Hotel abgesperrt wurde, ist es nicht unbedingt schwer hinein zu gelangen. Es könnte sein, dass eine obdachlose Dame hier wohnt oder Abenteurer, die nachs das Hotel erkunden, von gegenüber gesehen werden. Auch gibt es viele schöne Kimonos im Hotel, welche man anziehen könnte. Ich war unbewusst einer davon. Jetzt fehlt nur noch die Erklärung von Mitch und Benny. Haben sie wirklich gelogen? Die beiden haben uns nicht angelogen. Alle paranormalen Ereignisse, welche sie erlebten, lassen sich ganz einfach erklären. Nämlich mit Alkohol. Jedes Mal, wenn sie verlassene Orte erkunden, trinken sie Bier. Auch vor zwei Jahren in diesem Hotel. Und wenn man eins, zwei, drei, vier Biere trinkt, ist es nicht so unwahrscheinlich, dass man anfängt, seltsame Dinge zu sehen oder in der nächsten Sekunde mit einem Geist über den Vietnamkrieg spricht. Bin ich enttäuscht, dass dieses Hotel zu nix führte? Nein. Es spielt keine Rolle, ob Geister existieren oder nicht. Was für mich zählt, ist, dass ich zwei neue Freunde kennenlernen durfte, mit denen ich eine tolle Zeit habe. Kannst du etwas in Japan sagen? Was für mich hier? Nein. Töchste? Töchste, oder? Töchste? Töchste. Tschüss! Alkohol! 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 Es ist Tides, ihr willet, zu trinken. Im Halal, in dem Halal! Alkohol! Kommt das jetzt. Hup, 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 hup.